ALTER, WAS, DOR FÄLDE! WHAT? 3, 2, 1, so unter alles schleimig, dann willkommen zu einer weiteren Folge von MeinShit! Und äh... Juhu! Ihr denkt euch nicht auf WTF? Ähm, hab ich irgendwie ne Folge verpasst oder 5 Folgen? Was ist hier bitte passiert? Gar nicht mehr so viel. Ich bin nur ein bisschen rumgegangen, hab ein paar Wacky-Blocks geöffnet, hab gehofft, dass wir ein bisschen Diamanten kriegen und Eisen. Und hab damit mal dieses ganze Zeug gemacht. Weil wir, wenn ihr schon bei Bluren die letzte Folge angeschaut habt, die ihr auf jeden Fall jetzt anschauen solltet, falls ihr die noch nicht gesehen habt, ähm, gemerkt habt, wir haben dort diesen verkackten Golem, der dort unten die ganze Zeit randaliert. Ihr hört schon die ganze Zeit im Hintergrund die Explosion und wir wollen den jetzt auf jeden Fall mal besiegen. Wir werden auf diesen Turm dort seitlich hochgehen. Ähm, zwei Stockwerke werden dort diese Unlucky Potion runterwerfen. Die haben wir ja schon ein paar mal selbst reingedrückt bekommen. Die ist echt ein übeldes Teil. Oh nein! 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 Dann nehmen wir unsere verzauberte Scheiße, jetzt alles auf Level 1, äh, verzaubert. Und, äh, Gold-Äpfel und der Blue-Under-Lucky Potion und greifen den dann damit an. So machen wir es, würde ich sagen. Und an deiner Stelle würde ich jetzt losgehen. Okay, okely dokely! Scheiße, ich hab so Angst, dass wir verkacken... Ich hab keine Blöcke. Ehrlich. Wir müssen ein paar Blöcke mitnehmen. Achso, ja. Und! Ah ja, genau. 20 Minuten. Wir nehmen noch ein paar Blöcke mit. Weißt du was? Das ist mir jetzt scheißegal. Machst du... Ich wollte auch grad sagen, Alter. Mach mir jetzt einfach Eisenblöcke, Alter. Achtung, da kommt ein Creeper-Streiber. Äh, das ist ein Spider. Achtung! Achtung, Achtung, Achtung! Hinter dir! Hinter dir! Oh! Oh! Warte mal, wir bauen uns mal hier gerade so. Wir müssen... Nein! Was passiert? Das ist ein Spider-Creeper. Hier auf diese Treppe. Auf diese Treppe. Da unten ist der Golem. Da unten ist der Golem. Wir können jetzt das hier runterwerfen und dann müssen wir schnell gehen, dass wir möglichst die Wirkung ausnutzen, okay? Okay. Wir sagen auf 3 und ich trinke dann auch mein Dinger. Okay. Äh, du geh aber am besten ein bisschen aus dem Weg. Nicht, dass ich es auf dich werfe, außer sehen das Zeug. Jo. Okay. 3, 2, 1... Jetzt! Los! So! Okay, den hat er erwischt, glaube ich. Vielleicht hat es auch gar keine Wirkung auf ihn. Angriff! Dann müssen wir das jetzt selber einkriegen. Okay! Angriff! Attacke! Hast du viel... Hast du viel Damage gekriegt? Hast du viel Damage gekriegt, Guren? Nein, ich... Ich komm hier nicht mehr weg. Ich... Ich regeneriere. Wow! Der springt hoch! Okay! Bei mir... Bei mir ist alles easy. Bei mir ist alles easy. Ich habe volle Läden. Ja! Bei mir auch. Bei mir auch. 100! 90! 60! 50! 50! 30! 20! Jetzt! Null! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Achtung! Der Turm stürzt ein wahrscheinlich. Doch! Er stürzt ein. Er stürzt ein. Aber es dauert ein bisschen. Oh! Junge! Wir haben es geschafft! Aber jetzt weg hier, Junge! Ich will nicht ver... Ich will nicht verrecken! Oh! Du willst eine Lucky Potion! Du bist nur eine leere Rüstung bei mir! Achso! What? Okay! Jetzt... Hey! Jetzt bist du ganz weg! Jetzt ist doch deine Rüstung weg! Nein! Nein! Er schlägt mich! Hilfe! Wollen wir uns auf die Reise zu den ganzen... Äh... Dingern machen? Zu den ganzen Lollis? Das wäre doch ganz cool, oder? Ich will Lollis haben! Ich will Lollis essen! Willst du auf die Reise machen? Auf die große Reise? Hör mal machen! Okay! Alter! Du bist... Mann! Ich hasse es, dass ich dich nicht sehe! Okay! Los! Alter! Wir haben hier so geile Sachen! Boah! Da jetzt mit einem Dia schwer durchrennen und einfach alles wegschlachten! Boah! Ja! Machen wir! Machen wir! Ohne Scheiße ist Leck wie Hechtsuppe! Oh! Wie die Hechtsuppe? Alter! Ist ne Höhle! Oh Junge! What the fuck! Wie viele sind hier drin? Alter! Geh einfach weiter! Ah! Jetzt geht's wieder! Nein! Ich hab dem Spass schon wieder meine Spitzhocke in die Hand gegeben! Die klauen immer meine Sachen! Mann! Das ist sowas von Kacke! Diese Viecher! Dass die das einfach aus der Hand nehmen! Okay! Was haben wir hier? Ein Nethercube und... Nethercube und... Compact Raw Podshop! Ah! Alles klar! Place and right click with a Nether Star! Or uncrafted! I'm a Juul-Tip! Na bitte! Das hier sollen wir... Platzieren und mit nem Nethercube drücken! Also Nether Star! Aber das ist ja ein Nethercube! What the fuck! Da steht! Okay! Au! Achtung! Da kommt der Hund! Woah! Hund! Woah! Zwei Stück! Alter! Die sind richtig übel! Obwohl eigentlich gar nicht! Die sind richtig easy! Okay! Ich platziers! Und ich soll mit nem Nether Star draufklicken! Davon hab ich ein paar! Okay! Oh Gott! Was passiert? What?! Was ist das?! Bluehand, schau nach oben! Oh Gott! Alter! Oh mein Gott! What?! Eine neue Java Version ist verfügbar! Was?! Was?! Oh Junge! Aber wie geil gemacht, ey! Alter! Wer war's das jetzt?! Alter, was ist das?! Was?! Alter! Da wächst irgendwas raus! Echt?! Alter! What the fuck?! Das ist ein überdimensionales Schwein! Was?! Kind! Was?! So fick! Al! What the fuck?! Alter! Was?! Was ist das?! Alter! Ein überdimensionales Schwein! Nein! Ich will nicht sterben! Ihr fucking Viecher! What?! Alter! Schau dir den Turm an! Der basht ihn einfach weg, den ganzen Turm! What?! Alter! Scheiße! Was hast du getan, ey?! Was ist das für eine kranke Mod, die du da drauf gemacht hast?! Renn weg! Renn weg! Renn weg! Das kommt genau in meine Richtung! Was?! Nein! Renn weg! Oh Scheiße, Alter! Renn weg! Es dreht sich schon wieder! Es dreht sich! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Bluehand, was haben wir getan?! Ich hab auf'n Po-Stick, Tinky-Winky-Stick, Dipsy-Stick, Lala-Stick! Oh Mann, ey! Oh Junge! Was ist das hier?! Nein! Es kommt in meine Richtung! Alter! Siehst du dieses Leuchtfeuer hier irgendwo? Dort bin ich! Das ist dieser Ender-Guy-Spawn wieder! Da ist noch so einer! Oh Junge! Okay! Lucky Block! Nein, Bob! Oh! Bob! Bob! Ah! Oh cool, Bob! Oh Junge, der macht echt Damage, Alter! Böser Bob! Böser Bob! Bob böse! Oh nein, 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 nein! Ich fress gerade! Das kannst du mir doch nicht! Oh Gott! Ich muss einen goldenen Apfel essen! Es ist tot! Nein, muss ich gar nicht! Okay! Was ist das für eine Kreation hier? Keine Ahnung! Was hast du da raufgepackt? Sind das Turbinen? Turbinen? Oh! Oh! Ich weiß, was das ist! Bluren! Das ist eine Grafikkarte! Achso! Schon wieder so ein... Kompaktes Rollschwein! Schon wieder so ein Scheiß! Komm, mach! Komm, mach! Noch einen? Was? Ernsthaft? Nee, ich mach's! Ich mach's! Okay! Hier! Du kannst rechts klicken! Was? Hier ist Hydra Pixila! Da, nimm das! Da! Hier! Oh! Verdammt! Grüßt Pixila! Er ist bei... Ich beschwöre... Ich beschwöre... Pixila! Im Namen... Des Piges! Ja, jetzt komm ich jetzt! Mach einfach, Mannes! Ich hab keinen Bock mehr! Jetzt los! Okay! Oh Gott! Renn! Oh! Scheiße damit! Es geht los! Alter, der ist durch dich durchgeflogen! Renn, Mann! Renn, 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 renn! Alter! Ich hab... Ich bin gerade beim VGA-Port rausgegangen! Okay! VGA-Port! Boah, Junge! Ich hab Legs wie... Scheiße, ne? Ja, ich auch! Oh! Oh Gott! Diese Legs! Oh Gott! Das will! Die kann man da rausschneiden! Oh! God! Mr. Rainbow, rette mich! Was?! Hier ist Pixila! Alter, nein! Hilfe, 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 Hilfe! Beim Hotelzimmer! Der ist bei... Der ist bei unserer Base! Bei unserer ominösen... Nein! Er ist in meiner Nähe! Alter, ich will nur noch hundert Blöcke von ihm entfernen! Ich kann nicht mehr rennen! Nein, 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 nein! Ich muss rennen! Ich muss rennen! Ich muss rennen! Blöcke fliegen auf mich drauf! Oh, hier ist eine Pandora's Box Mod. Mod, Box, Box. Box, Mod, Mox, Box. Es hagelt Lapis. Bluon? Ja. Wo bist du? Was ist hier los? Es regnet Lapis. Es regnet Blöcke. Es laggt. 0 FPS. Ähm. My Minecraft is gecrashed. What? What? Wie lange haben wir denn noch? 5 Minuten. 5 Minuten? Ich schließe mal Minecraft. Ah, ich... What? What? Es läuft wieder mit 2 FPS gefühlt. Wo bin ich? Lava, Hilfe! Nein, ich habe keine Spitzsacke zum Rausbauen. Nein, ich will nicht verrecken. Ich bin in der Todesfalle durch diese Pandora's... Ja, also... Fuck, ey, Pixella kommt. Oh Gott. Ey, wir müssen hier irgendwie... Was? Ey, dieser Pixella... Dieser Pixella hat ein überdimensionales Brathähnchen auf dem Kopf. Was? What? Lackt es bei dir immer noch? Äh... Ich habe es nur Server-Lacks. Ich glaube, das liegt daran, dass meine Internetverbindung das einfach nicht mehr schafft. Alter, aber... Alter! Unsere ganzen Häuser sind weg. Ja, es geht wieder. Gut, du hast dich teleportiert. Alter! Wir müssen hier weg, Mann! Oh Gott, es wird... Oh Gott, es wird... Oh Gott, es wird... Alter! Okay, okay, okay. Hier ist ein Lucky Block. Alter! Ich habe eine Axt. Das ist ein Scheiß. Ich habe eine Axt und eine Hau. Wo ist unsere Base? Ist die Base noch ganz? Ich weiß es nicht. Nein! Oh Gott, es wird... Wir dürfen einfach nicht sterben, ey. Oh, sorry. Oh nein! Oh nein! Oh, das klingelt! Die Folge ist vorbei! Oh mein Gott! Da kommen irgendwelche Blöcke! Okay, okay. Ähm! Okay. Ja. Wow, 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 Bluren, die Folge... Gefolge, Chris, der Cookie? What? Okay. Okay, Leute, wir müssen mal schauen, dass wir bis nächste Folge irgendwas gegen diese Lacks tun. Ich würde mal sagen, das war es jetzt erstmal mit dieser Folge. Die nächste Folge kommt dann am Dienstag. Am Dienstag, ne? Ja, am Dienstag. Beim Bluren. Genau. Und, ähm, ich würde mal sagen, äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne natürlich einen Daumen da nach oben und wenn nicht dann beim Bluren vorbeischauen und wenn nicht dann, sag ich mal, bis dann bleibt scheibig und... Verpisst euch, ihr Mistgeburten. Alter! Alter! Nein! Okay, ja, tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Du weißt, der Zombie... Der Zombie war die Strafe dafür, dass ich meine Zuschauer beleidigt habe. Oh, Gott. Alter, was für eine Folge, ey. Bluren, ich habe nicht aufgenommen. Oh, okay. Naja, dann eigentlich. Tschüss. Tschüss, Leute. Was? Was?